jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren wieder hier auf meinem kanal heute geht es natürlich wieder weiter mit dem cs4 adventskalender denn heute ist ja auch der 14 dezember es sind vier preise für den heutigen tag nur musik ist es besuchen weil ich bin es gerade ich bin so sicher das war erster preis war irgendwo hier genau die technik ist der trick ist der erste preis für heute der zweite preis ist muss man wieder zurückgehen es war zu weit eine abby mit der bild der zweite preis für heute der dritte preis ist eine auch chameleon und als vierten preis haben wir wieder einen community preis und zwar ist es eine usbs platzzeiger und der track der community preis ist heute wieder von ist tätig der ist schon zum zweiten mal dabei der hat im zwölften dezember auch ein skin dabei gehabt das war eine romkotz glaube ich und ich mich jetzt nicht täuschen vielen fall danke an dich zu den cs4 adventskalender so nice support ist steam account ist natürlich wieder der beschreibung verlinkt zweiter link die leute die sich danken wollen oder so ähnlich für die leute die bei meinem csco adventskalender teilnehmen wollen beziehungsweise die was heute zum ersten mal einschalten erster link der video beschreibung klickt ihr darauf da kommt ihr dann zu einem zu dem teilnehmer video in dem ich alles erkläre wie er teilnimmt was sie gewinnen könnt und noch ein paar andere sachen will ich auch gleich mal die gewinner ziehen die gewinner von gestern sind heute wie immer halt nicht dabei also die setzten einen tag aus und ja das war's dann eigentlich auch mit der information für heute dann würde ich auch gleich mal die erste gewinner ziehen von der tech9 und zwar ist der drama lp der erste gewinner von heute der gewinnt die tech9 ice cap ist der track der zweite preis war die awp elite build die geht raus an den lp mit spike den wir wissen ebenfalls auch nicht dabei also klickwunsch mal an dich der dritte preis war dann die auch chameleon die gewinnt matthew der ist glaube ich neu kann sein also den hatten wir noch nicht glückwunsch hat nicht matthew und der vierte preis war der community preis als die usps platzzeiger die ist der track mit die stickern sogar drauf weil ich finde dies sieht sogar nice aus die usps und die gewinnt ultra mega die ja genau der war gestern auch nicht dabei also ultra mega die du bist der vierte gewinner von heute sage ich auch gleich mal geht zeit an euch also glückwunsch an euch vier vier werdet morgen wieder aussetzen seit dann übermorgen am 16 dezember ist das wieder mit dabei und das war's dann auch gleich wieder für heute ging relativ flott mal wieder das gefällt mir dann sage ich auch also würde mich über einen daumen nach oben freuen abonniert mich wer mich noch nicht abonniert hat würde mich auch übelst freuen und ansonsten sage ich tschau und bis morgen euer alex